Omnibus Interruptus Omnibus Interruptus Omnibus Interruptus Omnibus Interruptus Komische Schlangenviecher da wieder So, da ist der Transporte So, da ist der Transporte sein Ich erledige das alleine, du kannst hier bleiben Von wegen, ich lass nicht zu, dass du hier alleine schwarzst Nein, was macht ihr denn, ey? Dann lass aber mal klachen Da werden wir was machen So, da ist der Transporte sein 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 Boah, ich hab noch mal ein Ein LP plus noch Jetzt müssen wir nur noch abliefern Lass uns keine Zeit verlieren Okay So, da würde ich sagen, ab in die Stadt Und dann gehen wir mal alles ab Und dann gehen wir mal alles an jetzt sie fest oder was der wind ist echt angenehm ja das stimmt ich würde sagen können wir schon mal das zelt aufschlagen aber zuerst haben wir uns noch schnell die energie hier ok reis energie ach du scheiße sind es ich erledige das alleine du kannst hier bleiben von wegen ich lass nicht zu dass du hier allein eine schau abziehst ouch mist dann lass aber mal krachen hoffentlich erwartet uns keine tragödie lustig wird es jedenfalls nicht noch 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 nicht Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Schauen wir mal. Hauen wir mal einen Burger rein, los. Das ist eine gute Zeit die Zutaten. Und dann nehmen wir den Uzbekus und entstehen, in der Küche zu serpenteln, wenn wir den Zutaten wiederholen. Soll es möglich sein, wenn wir den Zutaten machen, dass sie der Zutaten bekommen. Und dann nehmen wir an den Zutaten, erst mal in die Zutaten Atlantaiste für die Zutaten, in der zutaten Mitteiamen. Du musst wirklich kialisch machen. Hier ist die Zutaten. Gutes Timing-Prompto. Okay, dann würde ich sagen, ab in die Stadt. Quests abgeben. EPs einsammeln. Automatisches Fahren. Fortsetzen. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's! So, wie weit ist es jetzt? Boah, zwei Kilometer wieder. Boah, zwei Kilometer. Und dann würde ich sagen, machen wir die Hauptquest weiter. Schaut auf jeden Fall sehr geil aus, schöne Aussicht. So, dreiviertel Strecke ist geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020 Lasst uns bald mal ne Pause einlegen. Ja, hab nen Brand wie nen Carola. Klingt nach nem Grund für nen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Schön einpacken, fahre nicht an. Mann, ist das wieder heiß hier. Und zieh halt das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genierst dich wohl was? Weil du so ein Hempfling bist. Quatsch! Ich will nur nicht mit meinen Muskeln angeben. So, dann würde ich sagen, Quest abgeben. Und dann wird's in der Hauptquest weitergemacht. Was ist denn hier los? Das sind aber eine Menge Stände. Und voll mit Sachen, die ich noch nie gesehen hab. Was für ein Duft. Hier lassen sich bestimmt alle mögen. Ist das deine Lieferung? Ja, das ist sie in der Tat. Vielen Dank. Gerade noch rechtzeitig. Sah mich denn lachen so durchmachen? Zieh doch nicht. Ist alles voll hier. Oh, gut EP auf jeden Fall. So. Nein, muss ich jetzt wirklich... die anwählen oder was? Da seid ihr ja endlich. Der faule Jäger hat sich in der Zwischenzeit gemeldet. Dank euch werden wir eine Art... Dann kannst du mir gleich was abgeben. Geld verdienen. Beste Waren zu besten Preisen bei Wiener. Äh. Ja. Die Auslagen sind gefüllt. Also seht euch ruhig um. Und kauft schön was. Okay. Ha ha ha. Nimmt meinem Enkel die Späße nicht kommen. Entgegen zu eurer Hilfe hältst du fort einen Rabatt beim Einkauf vom Händler. Okay. Oh, du bist neu. Was? Wenn dir was gefällt, greif nur zu. Kugelsicherer Anzug. Du, 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 du. Der Rabatt ist ein prächtiger Berg. Irgendwann will ich mal bis zum Gipfel. Vielen Dank. Okay, dann gehen wir da hinten noch hin. Was ne Hitze. Vergeht einem direkt. Du warst wirklich nicht so als Kind, Ignis? Daran würde ich mich erinnern. Wie warst du überhaupt so früher? Hat irgendwie... Wahrscheinlich genau so langweilig wie jetzt. Oh, vielen, vielen Dank. Schön knackig frisch. So muss es sein. Was ist, Junge? Willst du mal probieren? Äh, hab grad keinen Hunger. Nur keine falsche Bescheidenheit. Euch verdanke ich, dass meine Auslagen wieder voll sind. Komm, am besten siehst du dich direkt mal um. Und gegen... Äh, okay. Das Gemüse sah wirklich gut aus. Ja. Ist bestimmt sehr lecker. Ja. Warum probierst du's nicht mal? Ja. Ja. Wenn ich Appetit krieg. Den Tag streich ich im Kalender an. Schauen wir mal, was der hat. Okay, sehen wir fast die Hälfte billiger, glaube ich. Na, ich kauf jetzt aber nix, weil ich nicht so viel Kohle habe. Bis zum nächsten Mal. Boah, das ist ja wieder ne Quest für mich. Was für ein Trubel. Bis zum Markt geht's in einem so durch. Muss ich jetzt hier was kaufen, oder was? Greif zu, so viel du willst. Was ne Hitze. Vergeht einem direkt die Lust. Hm, was soll ich jetzt tun? Ach komm, ich kauf jetzt einmal. Gerne. Viel Spaß damit. Komm mal wieder. Hm, Ausrüstung. Deine Ohr. Was sollst du denn was? really bad. Woah. Vergehter. Beide es sich locker rein. Jetzt Undals Pad Ashley und Wolf. Du bist so schön schön. Jin, ich bin cripp רßen. Du bist du, bist ja super rosalte. Ichbarge es sich locker diese Füllung, bis zu dir. Ok, wir sagen wir übernachten jetzt aber erstmal, haben wir jetzt nen Haufen EP gekriegt. Willkommen. Darf es ein Zimmer sein? Darf es. Ok, das war richtig gut jetzt. So, die Höhle hinter dem Wasserfall. Guten Morgen. Dann würde ich sagen, machen wir mal uns auf den Weg dorthin. Aber vorher will ich nochmal schnell Tange. Dann fahren wir jetzt vielleicht selber schnell. Ok, los geht's. Ok, los geht's. Ok, los geht's. So geht's eben der nicht. Ohja, was sind wir jetzt hier? Nein. Macht ihr den? Boah, ich wollte nicht parken, Mensch. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist noch zur Entscheidung. Warum fährt er denn da nicht gescheit? Kann man gar nicht gescheit lenken. Manuelles Fahren. Gehen wir. So, los geht's. So, los geht's. Mal, was ist denn? Der fährt doch nicht rein. Glaubst du das? Der fährt doch nicht rein. Der fährt doch nicht rein. Glaubst du das? Es ist ein Schmarrn jetzt hier. Und wieder wirklich auf Parken drücken, dass der da reinfährt. Das ist ein Schmarrn. Das ist ein Schmarrn. Muss ich mal volltanken, die Huttele. Sonst kommen wir da nicht an. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber hier einen Cut. Ich fahre schon mal weiter zur Hauptquest. Und machen dann mit der nächsten Folge bei dieser Hauptquest weiter. Und zwar die Höhle hinter dem Wasserfall. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo oder auch über ein Like freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Euer Andi.